Um atomare Überraschungsangriffe zu verhüten, unterhält Amerikas mit DJ Air Command eine große Anzahl von Bombern des Kriegs B-52, die sich 24 Stunden täglich ununterbrochen in der Luft befinden. Jeder dieser B-52 hat eine nukleare Bombenlast von 50 Megatonnen an Bord. Das entspricht der 16-parren Sprengkraft, selten der Bomben und Banaten, die von allen Armeen zusammengenommen im letzten Weltkrieg eingesetzt wurden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. A Doomsday Device A Doomsday Device A Doomsday Device Atomale Überraschungsangriffe zu verhüten und erhält Amerikas für DJ Air Command eine große Anzahl von Bombern des Kriegs B-52, die sich 24 Stunden täglich ununterbrochen in der Luft befinden. Jeder dieser B-52 hat eine nukleare Bombenlast von 50 Megatonnen an Bord. Das entspricht der 16-baren Sprengkraft, selten der Bomben und Granaten, die von allen Armeen zusammengenommen im letzten Weltkrieg eingesetzt wurden. Das entspricht der 16-baren Sprengkraft, selten der Quark. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Vielen Dank.